Eigentlich ist es in Elen Ring nicht möglich, jeden Effekt im Spiel auch tatsächlich auf jede Waffe zu packen und diese damit zu verstärken. Ich meine Gift in Kombination mit dem Rivers of Blood Katana oder Frostschaden auf der Magma Klinge? Das klingt ehrlich gesagt ziemlich overpowered und absurd, aber genau das ist jetzt mit einem Glitch möglich, der vor kurzem vom YouTuber Leviathan entdeckt wurde. Wie der Glitch genau funktioniert und welche teils absurden Möglichkeiten dadurch entstehen, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß! Der Glitch, der vom YouTuber Leviathan jetzt auch in Elen Ring entdeckt wurde, ist in der Souls Community bekannt als der Tumble Buff. Falls ihr schon mal Speedruns zu Dark Souls 3 gesehen habt, dann kennt ihr diesen Glitch vielleicht auch schon. Mit dem Tumble Buff könnt ihr jede Waffe mit jedem Effekt verstärken, auch wenn das vom Spiel eigentlich nicht vorgesehen ist. Dadurch ergeben sich dann eben die teils krass overpowered Möglichkeiten, auf die wir später im Video noch einmal etwas genauer eingehen werden. Der Effekt der Kriegsasche hält aber natürlich auch nur so lange an, wie er auch normalerweise andauern würde. Damit ihr diesen Glitch für euch auch benutzen könnt, müsst ihr auf jeden Fall etwas Geduld und Ausdauer mitbringen. Denn ihr habt dafür nur den Bruchteil einer Sekunde Zeit. Sprintet nach vorne und zieht dann den Analog Stick für eine harte Drehung nach hinten. Drückt während der Drehung dann einmal L2, um die Animation der Kriegsasche zu triggern. Öffnet schnell das Inventar, geht auf die Waffe in eurer linken Hand und spammt den Button, um die Waffe zu entfernen. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann wird der Effekt der Kriegsasche auf die Waffe in eurer rechten Hand ausgeführt und diese damit gebufft werden. Okay, und jetzt noch einmal Schritt für Schritt und etwas langsamer, damit ihr dem Ganzen etwas besser folgen könnt. Rüstet als erstes die Waffe, auf die ihr den Buff anwenden wollt, in eurer rechten Hand aus und nehmt dann die Waffe, von der ihr den Effekt nehmen möchtet, in eure linke Hand. In meinem Beispiel sind das einmal das Rivers of Blood Katana in der rechten und eine normale Waffe mit der Kriegsasche giftiger Nebel in der linken. Dann müsst ihr die Waffe in eurer linken Hand beidhändig tragen. Rennt nach vorne und macht dann einen harten Turnaround in die entgegengesetzte Richtung, indem ihr euren Analog Stick um 180 Grad schnell nach unten drückt. Jetzt müsst ihr mitten in der Umdrehanimation den Input eurer Waffenmodifikation mit L2 eingeben. Drückt dann direkt die Start-Taste und entfernt schnell die Waffe in eurer linken Hand, mit der ihr diesen Effekt gerade ausführt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und euer Timing gepasst hat, dann seht ihr, wie die Waffe in eurer rechten Hand, in dem Beispiel das Rivers of Blood Katana, mit dem Effekt giftiger Nebel gebufft wird. Ihr habt nur wenige Frames Zeit, die Waffe abzulegen, ansonsten wird diese Eingabe geblockt und die Kriegsasche normal ausgeführt. Mit etwas Übung solltet ihr das aber auf jeden Fall hinbekommen. In der Videobeschreibung findet ihr selbstverständlich auch noch einmal eine kurze Anleitung dafür, wie das Ganze funktioniert, damit ihr das auch schriftlich habt. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele unterschiedliche Waffen und Effekte es eigentlich in Elden Ring gibt, dann wird einem erst das mögliche Potential des Tumblebuff Glitch so richtig klar. Neben dem vorhin gezeigten Beispiel mit dem Rivers of Blood Katana und dem giftigen Nebel, gibt es natürlich noch zig weitere, die ich an dieser Stelle aufführen könnte. Eine der stärksten Kombinationen ist die Magma Klinge gepaart mit dem Effekt Frost Nebel. Die Lava auf dem Boden löst dann nämlich zusätzlich den Status Effekt Frostbite aus, entfernt diesen Effekt direkt wieder und macht ihn dann immer wieder neu auf den Gegner. Wenn ihr noch mehr absurde Beispiele sehen wollt, dann schaut unbedingt beim Video von Leviathan vorbei, der den Glitch entdeckt hat. Er zeigt noch viele weitere Möglichkeiten, die ich an dieser Stelle natürlich nicht einfach eins zu eins kopieren möchte. Sein Video dazu findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Also, für wen lohnt sich dieser Glitch überhaupt? Grundsätzlich natürlich für jeden von uns, denn der potenzielle Schaden, den wir austeilen können, ist wirklich enorm. Ich denke aber, dass der Glitch größtenteils in der Speedrun Community oder eben bei anderen Challenge Runs genutzt werden wird. Wer weiß, vielleicht sehen wir bald schon den ersten Fist Only Run in Elden Ring. Probiert den Glitch doch selbst einmal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie viele Versuche ihr gebraucht habt. Lasst euch auch nicht entmutigen, wenn es mal eine Weile dauert, bis ihr es das erste Mal schafft. Mich hat es auf jeden Fall auch einige Zeit und viele Versuche gekostet, bis es endlich geklappt hat. Vergesst nicht, dem Video eine Bewertung und auch gerne ein Abo auf meinem Kanal dazulassen, wenn euch mein Content gefällt. Dadurch würdet ihr mich enorm unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Javeka